3, 2, 1, renn! Oh, der hat überlebt! Oh Gott! Ähm, Nautilus hat kein Support, Alter. Was ist das hier schon wieder? Oh! Ich hab eh gleich! Eh gleich! Oh Leute! Okay! Was ist das sonst? Hahaha! Nautilus hier! Die machen nichts, bis ein Auftrag kommt! Alter, was ist denn das? Du musst rauskommen, sonst burscht ich kann nicht ulten! Ich hab mir gedacht, dass das auch botzert. Ich weiß nicht, ob das Revealed... Loil, hallo Akshan! Ja, es ist hier Revealed, aber du hast eine Spur wie bei... ...oder? Ja, cool! Ja, es ist so ein Joke! He's back! Die outilte mit AOE! Macht sie das auch wirklich? Nö, aber... Könnte sie! Ah! Oh! Ja, cool! Du, du, du... Boah, nimm nur ein In-Hip! Ging für'n Finish! Oh, hallo Nocturne! Hm! Achso, ja! Hm! Hm! Naja, ich trenne sie fast runter, würde ich sagen! Ah! Oh Mann! Oh Gott! Ist sie jetzt bewrived worden? Ja! Sie wurde bewrived! Ashka war tot! Achso! Ja, ja! Das heißt... Akshan... ...der tot war... ...hat Jinx wiederbelebt, ja? Ja! Achso! Und da? Das sind 99% Loads! Achso! Ja, okay, mein QZ ist anscheinend 0! Ich hätte schwören können, dass da 700 steht, aber na gut, es sind wohl 0! Ich bin da... Bisschen late! Bisschen late! Woah! Ich kann das Respawnen! Woah! Ja, so schnell... ...könnt's gehen, ne? Auf dem 1er, noch zu wo du Respawn mit deinem Pentacle! Ja, ultranett von Akshan... ...meinen Pentacle wiederzubeleben! Warte, warte, warte! Mach mich schnell! Nein! Das ist... Lol! Kein Vetter! Ich wollte den Köln nicht mehr... Vetter! Das ist wohl wirklich Tiefall! Aschkan kann auch ungekehrt gut funktionieren! 2,9 und steht 7,10, ja! Aber... Dank Aschkan! Dank Aschkan, ja! Ich muss mal heimlich hier den Bot Tower! Ja, wir pushen... Der erste Fall schon weg! Weniger heimlich gut wird! Uh! Mein WC 1000 am Turm ist viel! Kommt alle runter! Oh, heilig! Ich weiß nicht, was ich davon erhofft habe! Okay, an dem geht das nicht! An dem geht das nicht! Nein! Nein! Kann ich bitte noch mein letztes Item kriegen? Das wäre so geil! Nein! Die Triad finischen! Ah, ich krieg mein letztes Item nicht mehr! Aber naja! So Triad... Ich respawn Aschkan ist der Gegner! Oh! Ne, er ist tot! Einer wurde respawned! Oh! Zwei! Ne, nur einer! Ehrenteam! Guti! Ich mach Elder! Hahahaha! Hahahaha! Na, hat die Lust so richtig abkann? Was soll ich machen? Hahahaha! Drei Elips down! Na, jetzt wenigstens meine Ruhe hier! Pfff! Mit dem Auto 1000 AP weniger auf dem Elder! Ja, also... Also Auto W Reset C2000! Gut! Solo Elder für dich! Hahahaha! Also ich hab Elder Team! Hahahaha! Dann laufen wir uns den Ersch, oder? Wunderbar. Man braucht glaube ich einen Wettbewerbschhalter oder? Nein! Kannst du mal nicht dem Team beim Triad Finishing helfen? Ich möchte gerne auch noch dazu kommen! Oh, der GA gekauft! Gehrenlos! Huiiii! Ich... Kann mich nicht bewegen, wenn ich da drin bin! Ich konnte exakt 0,00 Sekunden was machen! Ha! Nein! Sagen Sie weg! Die hat viel Range! Ja! Ach, dann muss ich vor dem wieder weglaufen! Hahahaha! Pfff! Warten wir? Ja, drei... ...drei... ...eins... ...rennen! Oh, der hat überlebt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wenn er's überlebt, tut's richtig weh für mich! Ich konnte mich nie wieder bewegen grad! Ich konnte mich nie wieder bewegen grad! Oh! 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 Ja, guck mal! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Da ordnen mich noch alle weg, ey! Zurecht! Zurecht! Nur einen bekommen! Ja, von mir! Äh... Ja, gut! Ich wurde outdamaged ein bisschen! Aber... ...dafür war's eigentlich okay! Und jetzt will ich noch den highest Crit wissen! Also, Pure Critical Strike 2016! Hm! Hm! Hm!